Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Wind, reihussassa, schüttelt all die Blätter, bringt uns Regenwetter. Ah ja, hussassa, der Herbst ist da. Nein, Spaß, natürlich ist der Herbst noch nicht da. Wir sind ja alle noch voll im Sommer-, Sonne- und Strand-Modus, ist auch völlig richtig. Aber Sensi ist schon im Herbst angekommen, damit auch alle pünktlichst ihre Herbstdüfte in den Lampen haben. Und ich möchte euch heute die erste Herbstkollektion des unglaublich spannenden Jahres vorstellen. Und es geht um Kürbis. Für alle Kürbisfans unter euch, es wird der Hammer. Ich zeige es euch, und zwar ist das unsere Kollektion Gordy Goodness. Es sind fünf Wachsbars in einer Sonderkollektion, die alle einfach voll sind mit Kürbis. Sie kommen in einer total süßen Geschenktüte zu euch. Und ich würde sie gerne mit euch zusammen schnüffeln. Wir fangen an mit Pumpkin Roll. Die Duftbeschreibung dazu lese ich euch natürlich vor. Pumpkin Roll. So nochmal, dann habe ich das, dann sehe ich es hoffentlich. Ja, kann man lesen. Und zwar ist das cremige Kürbiskuchenfüllung, umgeben von Kuchen, Pekernüssen, Butter und Gewürzen. Wer sich erinnern kann, letztes Jahr Pumpkin Kaschmir, der riecht ähnlich. Richtig guter Duft und das, obwohl ich gar kein Kürbisfan bin. So, und ich mag ihn, ja. Dann haben wir Pumpkin Sticky Bun. Da lese ich euch das natürlich auch vor. Genießen Sie ein bisschen Kürbis und Pekernuss überzogen mit Kokosnusscreme. Finde ich eine sehr spannende Kombi mit der Kokosnuss. Weil das so ein bisschen Sommer und Herbst ist. Und ich finde, man riecht so ein bisschen, kennt ihr diese Kokosnusssonnencreme? So riecht der, so eine Idee davon hat der drin zusammen mit Kürbis. Finde ich auch eine richtig gute Kombi. Und das, obwohl ich eigentlich gar keinen Kürbis mag. Und ich finde die richtig geil. Ja, mein Favorit. Berry Good Pumpkin. Berry Good Pumpkin steht auf der ersten Seite. Ihr habt überall eine Duftbeschreibung mit dazu. In dem Zettel. Preis gekrönter Kürbis, verfeinert mit sonnengereiften Beeren und herbstlichen Gewürzen. Den finde ich so gut. Diese Kombi aus Kürbis und Beeren. Finde ich unglaublich genial. Berry Good Pumpkin. Richtig, richtig gut. Zwei haben wir noch. Dann war es das auch schon wieder. Spiced and Spirited. Was haben wir da? Genießen Sie herzhaften Kürbis, braunen Zucker und einen Spritzer sanften Bourbon. Finde ich auch geil. Ist ein bisschen herber. Finde ich aber auch richtig gut. Man riecht auch diesen Bourbon raus. Geil, geil. Also es ist wieder eine unglaublich tolle Kollektion geworden, die Sensi da raushaut. Und der letzte, mein Favorit, mein zweiter Favorit. Er ist natürlich das mit den Beeren. Und dann kommt Hello Harvest. Und Hello Harvest, lese ich euch noch vor. In einem handgeschnitzten Kürbis funkelt rauchende Blut inmitten von Vanillebohnen. Und ich finde es so geil mit diesen Vanillebohnen. Also man riecht nicht eine süße Vanille, sondern wirklich so eine rauchige Vanille. Also richtig, richtig geile Kollektion. Ich kann sie euch sehr ans Herz legen. Die gibt es ab dem 12. August auf sichereduftlampen.de. Schaut gerne nach oder schreibt mir. Könnt auch exklusiv bei mir vorbestellen. Das ist unsere Gordi Goodness Kollektion. Richtig, richtig geil. Ich werde jetzt noch ein bisschen das Sommerwetter genießen. Mich aber schon auf den Herbst vorbereiten. und wünsche euch einen schönen Abend. Ich verdufte bis dann. Ciao.